Solarkraftwerke sind Anlagen für Jahrzehnte, trotzdem zählt jede Sonnenstunde. Unabhängige Prüfer haben festgestellt, dass 90% aller Solarkraftwerke nicht ihre volle Leistung bringen und 30% sogar technisch mangelhaft sind. Sybach Service GmbH optimiert durch lückenlose Online-Überwachung und Service die Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Solarkraftwerke, seien es die eigenen oder Kundenanlagen. Ein umfassender Erfahrungsschatz im Solaranlagenbau und als Betreiber eigener Solarparks hat die Sybach Service GmbH ein Wartungs- und Servicesystem entwickelt, das den bestmöglichen Anlagenertrag absichert. Dieses Verfahren wurde in einem qualitätsprüfenden Audit durch den TÜV Rheinland weltweit die Adresse in Sachen Solarkompetenz im Januar 2014 überprüft. So hat Sybach Service GmbH als erster Service- und Wartungsbetrieb für Solarkraftwerke die begehrte TÜV Rheinland-Zertifizierung erhalten. In der Fernwarte der Sybach Service GmbH werden die relevanten Betriebsdaten aller angeschlossenen Anlagen zentral erfasst. Bei Abweichungen von den Sol-Kennzahlen können in kürzester Zeit die Problemquellen identifiziert, analysiert und die erforderlichen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Für eine schnellere und gezieltere Störungsbehebung und eine minimale Ausfallzeit. An 365 Tagen im Jahr ein echter 24-Stunden-Service. Bei Störungen werden alle Arbeitsschritte in systemgesteuerten Service-Tickets umfassend elektronisch dokumentiert und archiviert. Von der ersten Meldung über eingeleitete Maßnahmen bis zur Beseitigung der Störung. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine professionelle Analyse und Optimierung der Anlagen. Auch der Betreiber erhält einen Investorenzugang zum Überwachungssystem, um sich selbst jederzeit einen Überblick verschaffen zu können. Fehlerursachen können durch speziell ausgebildete Servicetechniker vor Ort oder auch in unserem eigenen Labor an den Modulen ermittelt werden. Umfangreiche Messtechnik und Spezialanlagen wie ein Sonnensimulator, Kennlinienmessungen, eine Elektrolumineszenzkammer, Wärmebildaufnahmen, Hochspannungskabel und Mantelprüfungen sowie Erdungsmessungen werden eingesetzt. Mit mehr als 40 Mitarbeitern und über 20 Servicestützpunkten, einem eigenen Labor und unseren zertifizierten Verfahren stehen wir jedem Solarparkbetreiber gerne an der Seite.